Salutsamen, die verzerrte Insel. Die liegt hier. Es gibt keine Karte auf der Insel, deswegen machen wir das halt mal so. Es gibt drei Mokoko-Samen. Ich mach das mal mit euch mit. Die erste ist gleich hier neben, die erste Samen. Neben dem Schiff. Hier kommt die rauf. Und dann einfach hoch zum Tor laufen. Und dann habt ihr den zweiten. Ins Haus kommt er nicht rein, braucht er gar nicht mehr suchen. Das hier, das funktioniert nicht. Kann ich euch zeigen, da. Das geht nicht. Einfach hier durchlaufen. Mal sehen, da gucken. Hier durch. Und dann habt ihr den Samen Nummer drei gleich. Moment, der war hier irgendwo, da ist er. Und das war's. Wie gesagt, eine Karte gibt es hier nicht auf der Insel. Und dann habt ihr alle drei Samen. Und fertig.